Das war noch kein Überfluss, das war noch Linie, das war noch ein paar, vier Tage Linie, also echt auf dem letzten Drücker. Die beim Zoll standen da nur, bitte nutzt die automatischen Wände. Der Koffer war schon da, ich war noch zehn Minuten durch die komplette Versteuerung. Dann hat der Stamm da nach dem deutschen Veranstalter mitgebracht.